Ola, Herr Agabe. Das ist so peinlich. Hey, tell's dir wirklich. Wann kann ich dich einmal sehen, ohne dass ich Aggression bekomme? Wallah, sag mir einmal. Herr Agabe, warum haben sie meine Outfit an? Warum hast du so große Ohren? Bitte hör doch auf damit. Oh, Vanilla, hast du dir deine Bart rasiert? Ja, ja, natürlich. Ein bisschen kürzer gemacht. Ich hab mir Waves gemacht oben. Wow, wow.